Ja, es geht weiter mit dem alten, vergammelten Drachen hier. Na komm, Schweinebauer. Schön Bluten hinzufügen. Das ist das Ziel. Oh. Ah, sie ist ja wieder da hinten. Ich weiß nicht, ob ich hier davon komme. Okay, es sieht gut aus. Gucken wir mal, ob wir an ihn rankommen. Läuft. Das läuft weniger. Kein guter Start. Wollt sein Gesicht erwischen. Meilung. Ah, zu spät gesehen. Wir brauchen Bluten, genau. Und so ist gut. Oh, ich glaube, er kotzt. Und ich komme nicht weg. Okay, das war Glück. Das, äh, die Waffe braucht sehr lange teilweise. Bis sie wieder... Ah, sie ist ja da oben. Meine Güte. Ah, wie mich der Typ nervt. Na, wenigstens kurz in die andere Richtung. Zwei Heilungen noch. Ja, komm, pack dich hier runter. Jetzt ist sie wieder oben. Okay, ja. Gut. Weniger gut. Ja, das, äh, das ätzendste hier in dem Kampf ist einfach das, äh, das Gelände. Das geht nicht mit einem Drachen. Das müsste komplett alles flach sein. Das ist so richtig, äh, wie das... Ich weiß nicht. Man hat den Eindruck, es wurde nie getestet. Weil, ich meine... Innerhalb von 15 Minuten kämpfen fällt einem das Problem auf. Das kann doch nicht so schwierig sein. Ich finde es toll, dass wir so viele Open-World-Bosse haben, aber... Es darf nicht einfach zu lassen der Qualität gehen. Okay, einmal ins Gesicht erwischt. Hallo? Keine Ahnung, wann ich da was treffe oder nicht. Ach. Einmal bluten. Nice. Oh, shoot. Er kotzt. Ich weiß nicht, ob ich in die andere Richtung... Wahrscheinlich in die... In die andere Richtung rennen sollen. Ich sehe es teilweise noch nicht so richtig. Das mit dem kurzen. Er macht es relativ selten. Aber wir kriegen es hin. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, wir machen keine... Äh, unendlich vielen Folgen beim selben Boss. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen den. Jetzt habe ich irgendwie Blut gelegt. So. Ah, zu früh. Ich muss die Timings drin haben. Das geht sonst nicht. Okay. Einmal Bluten drin. Seht ihr, das Timing, das muss sitzen. Das auch. Oh, wir sind tot. Keine vollen HP gehabt, dann ist er in die Luft gegangen. Ich weiß nicht, ob der Schrei quasi eine Ankündigung war, dass er das macht. In dem Sinne, hey. Nimm die Beine in die Hand. Könnte sein. Phasenübergang vielleicht. Nicht erwischt. Na. Na. Schwanzhieb. Einmal ins Gesicht. Und. Okay. Jetzt war ich so ein bisschen mittendrin. Das Problem ist, er steht jetzt da wieder... ganz mies. Okay. Jetzt ist er runtergekommen. Sehr gut. Genau, das habe ich mir erhofft. Da stimmt das Timing wieder nicht. Ich muss mich heilen. Nimm das. Blutverlust? Nein. Oh, er kurzt. Er kurzt. Er kurzt. Okay. Ich glaube, wir haben es überlebt. Ah, es war auch ein bisschen Glück, weil... Ah. Heilung. Hat man genügend Zeit. Oh. Ich kann auch den Schwanz hauen vielleicht. Oder seine blöden Flügel. Ey. Visier... Wie sieht er das Bein an? Das darf nicht wahr sein. Heilung. Ich wusste nicht, ob er den anderen Angriff macht. Ich wollte es jetzt nicht riskieren. Okay. Ich weiß nicht genau, was mich da getroffen hat, aber... Ist okay. So, weiter aufs nächste Bein. Dann trifft er halt die Hälfte. Okay. Kurz, sehr kurz, sehr kurz. Shoot. 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 Ich bin nicht mehr weggekommen. Zu früh. Letzte Heilung. Okay. Viel hat er nicht mehr. Wir auch nicht. Na, komm. Okay. Okay, warten, bis der Nebel weggeht. Oder auch nicht. Und weg ist er. Ich darf er wohl gerade kotzen. Ich musste in den Angriff übergehen. Drachenherz. Eine neue Kraft ist in der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. 38.000 Runen hat er gegeben. Hell yeah. Endlich ist er weg. Schweinepriester eh. Ging eigentlich, ne? Muss sich ein bisschen... Einigermaßen gut anstellen. So, wir gehen auf 18 Weisheit. Und... Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns... Ähm... Hier hin. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was dabei ist, was uns großartig interessiert. Ich weiß immer noch nicht... Mich stört, dass ich nicht weiß, wie ich diese Blutflammenklinge einsetzen kann. Ich dachte, hier wäre was Neues. Ah. Ist sonst was passiert? Da hieß es doch, es ist was Neues in der Kommunion der Drachen verfügbar. Vielleicht müssen wir die erst kaufen. Ne? Ne. Ha. Okay, ähm... Joa, das... Irgendwas verstehe ich nicht richtig. Wahrscheinlich. Oder wir wurden mal wieder komplett verarscht. Was, äh... Was mich auch nicht wundern würde. So. Haben wieder die anderen Waffen ausgerüstet. Und, äh... Wir können wieder zurückgehen. Ich denke mal... Lass uns mal gucken, ob was, äh... Was bei dem Baum ist. Wird er zu dem Baum überhaupt hinkommen. Wir suchen jetzt nach und nach das Gebiet ab, bevor wir... Und uns an den Boss ran machen. Aber es ist definitiv der nächste Boss, den wir... Also ich... 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 Gehe jetzt einfach mal so stark davon aus, dass das ein Hauptboss ist. Alles andere wäre... Das ist super überraschend. Okay, da haben wir noch die Horde Zombies. Oh, du bist wieder so ein Ding. Da unten ist irgendwas. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Viele Töpfe. Ha. Wir müssen irgendwie ins Tal runter. Die Frage ist... Ich denke, das muss durch diese Schlucht gehen. Was ist, wenn wir vom Brunnen aus kommen? Geht das vielleicht? Vielleicht kommt man ins Tal nur durch den Brunnen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich bezweifle es zwar... Oh, hier ist ein... Oh, die explodieren. Ah ne, ich dachte hier wäre ein Siegelgefängnis, aber... Dem scheint nicht so zu sein. Aha. Der Junge hier. Ah, das sind mehrere. Wow. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich weiß nicht. Ich mag diese... Die anderen Weise mit dem Gelände nicht so wirklich. Was man... Ständig mit dem Gelände zu kämpfen hat. Au. Ich glaube, der hat nicht willig geblutet, oder? Naja, weg ist er. Wir haben irgend so'n... Komischen Schild noch erhalten. Plus Großpfeile. Ach, das Schottersteinszeug, das liegt hier rum. Boah, da ist ein Riesentopf. Und die Gegner gehen eigentlich. Die sind jetzt nicht so wild. Au. So, erstmal an ihn ran. Uh. Was hat er wehgetan? Okay. Ich weiß nicht, ob... Oh. Der kann Feuer speien. Ich glaube, der kann nicht bluten. Ich glaube, der ist immun gegen Blutung. Würde Sinn machen, weil es ist kein lebendes Geschöpf, glaube ich. Es ist einfach nur so ein Golem. Und nehm' mir... Ist diese Waffe wahrscheinlich jetzt hier eher... Au. Das ist super optimal. So. Komme ich hier ran? Ach, komm schon. Weg ist er. Okay. Dann wollen wir erstmal gucken, was mit diesem Topf ist. Es sieht so aus, als würde der uns nicht vorbeilassen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem reden können. Wir haben auch diesen ganz, ganz kleinen Topf, der irgendwie meinte, wir gehören nicht zur Familie. Vielleicht müssen wir irgendwie in die Topffamilie aufgenommen werden. Äh, okay. Da ist was... Da war was reden. Hallo, großer Topf. Ihr könnt nun das rote Rufzeichen des Ritters des großen Gefäßes sehen. Okay. Okay. Und, äh, was sollen wir mit denen? Sollen wir die platt machen? Vielleicht müssen wir die drei platt machen und dann... Öffnet er uns hier die Tür. Das wäre möglich. Oh, von hier aus kommen wir gar nicht zum Baum. Aber da geht's runter zum Baum. Haha. Okay. Nun ja, wenn wir schon mal hier sind... Ritter des roten Gefäßes. Es sind drei verschiedene. Des großen Gefäßes. Immer, die müssen wir alle besiegen. Komm her. Numero uno. Na? Ah, da ist er. Oh. Haut Schaden raus. Oh, da haben wir... Bluten gemacht. Der haut aber... Er haut aber Schaden raus. Mein lieber Scholli, du. Ich weiß nicht, ob wir da Bluten hinzugefügt haben. Okay, das war schlecht. Wir haben hier auch nicht wirklich was zum Respawnen, oder? Gut, mehr Bluten. Ich muss ein bisschen konservativer spielen. Er sollte gleich nochmal bluten. Und dann ist er wahrscheinlich tot. Gut. What? Was war das? Ach, das ist so eine Art Boss-Arena. Ah, meine Güte. Ich hab das nicht gesehen. Ich dachte, wir können da locker nach hinten. Und dann bin ich... Ja, wieder mal das Gelände, ne? Oh, die Ritter müssen wir neu töten, ne? Okay, aber wisst ihr was? Äh, ich denke mal, das wird ein bisschen dauern. Lasst uns nochmal... Ich will nochmal gucken, ob wir zum Baum runterkommen. Dann machen wir die anderen Knilche in der nächsten Episode. Oder so. Da ist der ganz große Baum. Der scheint mitten aus dem Ozean zu kommen. Bist du ein Gegner, oder? Bist ein Gegner, okay. Schaden gehen eigentlich schon, oder? Von den Waffen. Wir heilen uns halt nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil an denen jetzt. Vielleicht können wir sowohl die als auch die Krummschwerter leveln. Dann hätten wir das Beste aus allen Welten. Je nach... Oh, hier ist ein Hinterhalt. Oh, da ist irgendwie noch Gift mit dabei. Au. Hey. Ja, normalerweise würden wir uns jetzt ein bisschen wieder Leben regenerieren. Das wäre schon nice. Aber das geht jetzt nicht. Jetzt müssen wir halt... Oh, da kommt noch einer. So, jetzt ist Schluss hier. Also wir heilen auch durch den... Das ist durch das Medaillon ein bisschen was. Aber das ist halt nicht so viel. Das ist wieder so ein Baumgeist. Niedere Erdenbaum. Okay, der ist jetzt hier eingezeichnet. Stinkt ein Avatar. Ah, hier. Das ist das, das uns... ...die Statue zeigen wollte. Okay. Ja, ehrlich. Puh. Gut. Weiteres Dungeon. Lass uns jetzt mal regenerieren. Gut, meine Lieben. Ich denke, wir machen erstmal einen Break. Beim nächsten Mal schauen wir dann, ob wir diesen Avatar wegkriegen. Und vielleicht können wir dann auch nochmal zu dem großen Gefäß gehen. Und seine Schergen töten. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Und aus geht. Bis zum nächsten Mal.